Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es wieder ums Thema News. Neuigkeiten. Wir reden über das Update. Wir verlinken euch auch das Video dazu. Da findet ihr alle wichtigen Inhalte, die das Update mit sich bringt. Es geht ums Update Version 2.9 für den TM5. Es ist ja eben von uns angekündigt worden, dass das eingespielt wird auf die ganzen TM5 Geräte. War dann auch so, es wurde begonnen, also die ersten haben die Updates erhalten. Man hat dann relativ schnell bemerkt, dass es da Fehler gibt und zwar beim Teigmodus. Beim Teigkneten sind Probleme aufgetreten und man hat das Ganze dann gestoppt, damit man eben nicht zu viele damit betroffen macht dadurch. Und das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Es wurde schnell eingedämmt und die Betroffenheit war eher gering. Somit haben sie dann alles daran gesetzt, dass das Ausmerzen, dass den Fehler beheben und wieder quasi alles funktionsfähig machen und natürlich trotzdem auch die Funktionen einspielen, die sie einspielen wollten. Und genau so ist es dann jetzt gewesen und seit 7. April ist es jetzt soweit, dass eben dieses Update wieder Version 2.9. Also es heißt gleich, macht euch da aber keine Sorgen, es ist trotzdem ein neues, überarbeitetes. Und das wird eben jetzt eingespielt und nehmt es bitte unbedingt an. Also vor allem auch diejenigen, die das vorherige fehlerhafte Update erhalten haben, weil eben das Fehlerhafte behoben wird und ihr dann trotzdem von den tollen Funktionen profitieren werdet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt auf diesem Weg schon mal ganz viel Spaß mit euren neuen Modifunktionen mit dem TM5 und wir halten euch weiterhin gerne am laufenden. Daumen hoch, Abo bitte gerne da lassen, ist für euch völlig kostenlos. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles, alles Liebe. Tschüss. Daumen hoch, wünsche ich eigentlich gerne am pues. Du bist du mit meinem Miz maior. Vielen Dank.